Und damit herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, in der letzten Episode haben wir ja ein bisschen Nebenpersonen gemacht. Jetzt machen wir weiter mit der Hauptperson, beziehungsweise diese eine Sache, wo man von dem Händler dieses Sleepcrate finden soll, wo es ja hier nach draußen geht. Keine Ahnung, wo das ist, aber wir ignorieren das mal. Wir müssen ja noch die Türsteuerung untersuchen und das machen wir als nächstes. Mit gezogener Waffe. Überhaupt nicht auffällig. Jaja, wir plaudern dann noch. Wir sind immer so gesprächig, die Leute hier. So, den Balkon aktivieren. Ähm. Wo ist denn das? Da hinten. Moin. Ja, ja. Still für dich. Okay. Ist das dann unser Ding? Ah. Probieren wir es mal. Yeah. Es ist mal wieder sowas. Das passt schon mal nicht. Das auch nicht. Wenn wir das erstmal nutzen. Ja. Das geht nicht. Das auch nicht. Cheat. Ah, Mann. Ich habe schon den falschen gemacht. Okay, äh. Das heißt. Ich zuerst. Dann du. Und können wir den irgendwo nutzen. Hier vielleicht. Ob sich das ausgeht. Oder eher den hier. Ja. Geil. Also. Ahnung. Dieser Raummord reserviert viel vertraulich. Bei Planungswidrigkeiten bitte Moon Morgen Wänden Tür Fernsteuerung. Ähm. Neuer Nutzer zur Türsteuerungsüberbrückung wurde hinzugefügt. Mit der bestätigten Geste kann die VIP-Lodge insgesamt einmal verriegelt werden. Aha. Das war's. Okay. Alles klar. Bestätigen Geste. Ciao. Ich habe so das Gefühl. Hier wird es dann richtig abgehen. Weil das Gespräch überhaupt nicht gut verlaufen wird. Hi. Hallo. Zähdere. Raus hier. Ich rate, wir müssen jetzt zum Traumpaar wieder gehen. Ne, der will, dass wir rausgehen. Ja, aber da ist doch nix. Außer, er hat jetzt irgendwie den Marker aktualisiert, aber ich glaube es ja nicht. Wir gucken mal. Hä, es geht wieder nach da hinten. Ich mache lieber das. Oder? Ach nee. Jetzt ist es richtig. Okay, darum brechen wir hier mal ein. Mal wieder. Was nutzen wir? Nutzen wir das hier? Ich probiere es mal. Guck mal. Ne, den kann ich auch nicht nutzen. Ja, den Zweier-Ding kann ich doch schon mal nicht nutzen. Kann ich wieder rückgängig machen. Kann ich den Zweier hier irgendwie nutzen? Da passt er hier so nicht. Der auch nicht. Ne, das bringt mir auch nix. Ha. Ich muss da schon mal so einen Dreier nutzen irgendwie. Äh, aber die passen alle nicht. Auch den hier irgendwo? Nee. Jetzt den Zweier. Und dann zwei. Ja, ich glaube, das könnte passen. Oh ja, geil. Also, nix besonderes hier. Kündigung schreiben. Nachgrund von Umstrukturierungen im Unternehmen wird die Repräsentation bei Slayton Aerospace überflüssig. Bitte packen Sie bis Ende der sämtlichen persönlichen Gegenstände ein und geben Sie jedem Bescheid, der davon wissen muss. Oh, ist aber nett. Was haben wir hier? Erlbank Auszug. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem aktuellen Gehalt einen Saldo von um die Null haben werden. Geil. Okay, Computer. Wir nutzen. Persönliche Korrespondenz 1. An Musgrove. Vielleicht weißt du es nicht, aber dein Arbeitgeber sind Besitzer des Objekts, auf das andere ein Auge geworfen haben. Weißt du, arbeitest dort gerne, aber reden hat noch nie geschadet, oder? Außerdem weiß ich etwas über deine Laufbahn, was du sicher auch wissen möchtest. Ein Freund. An Musgrove. Ich mach keine Witze, Kumpel. Das Kündigungsscheiben trifft bald bei dir ein. Denk lieber an deine Zukunft und die wenigen kostbaren Tage, die da noch bleiben, bevor deine Sicherheitsfreigabe aktiviert wird. Ein Freund. Und wie besprochen, solltest du das besagte Objekt möglichst bald übergeben. Geh davon aus, dass du beobertet wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du dran bist. Okay. Das war's. Das war's. Gut, dann haben wir mal das tolle Gespräch. Ich habe es nicht verkauft. Das wird ein Massaker werden. Ob sein Freund unser Freund ist, der da geschrieben hat? Da. Ey. Ja, ja. Ah, Tschadchig. Wohl super. Und einmal rauf. Äh, Firmen-Sitz. Ach komm, machen wir das mal. Sonst hörst du nie auf. Käpt'n. Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Ich hatte natürlich einen Plan für Mazzura. Aber danke trotzdem. Oh, immer gern. Tja, hat bei mir wohl bleibenden Eindruck hinterlassen. Da draußen kann so viel schief gehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Das ist wohl wahr. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Hm. Ja. Exakt so oft, wie es nötig ist. Alles klar. Mit der Patsche kommt man oft noch zum Erfolg. Erst ärgert man sich. Aber hinterher war es nützlich. Hm. Gut. Okay. Gut. Passt. Moin, ihr zwei. Na, habt ihr Spaß gehabt? Wie ist es gelaufen? Ja. Ja. Ist er verzweifelt? Können wir nicht wirklich... Ja gut, es steht... Ja, er hat kein Geld mehr. Steht eventuell unter Beobachtung. Ja, ist eine Anmaßung. Aber vermutlich werden wir schon ein bisschen verzweifelt. Exzellent. Gute Arbeit. Gehen wir in die Astral Lounge. Adieu, meine Liebe. Bis zum nächsten Vorstandsmeeting. Oh, ich behalte eure kleine Aktion im Blick. Nur für den Fall. Viel Glück euch. Also, ist es sinnvoll, von der Ferne zu gucken. Von der Ferne zu gucken. Ja, ist vermutlich eine bessere Idee. Gut, gut. Also, runter hier. In die Lobby. Kommt Nummer zwei auch? Ach, wir gehen einfach mal. Die werden schon kommen. Wir haben doch gerade geredet. Moin, Walter. Na gut, da wären wir. Keine Ahnung, wie der Verkäufer aussieht, aber er hat einen Sicherheitskoffer dabei. Größer als normal. Groß genug, um das Artefakt zu verwahren. Teilen wir uns auf. Die Losung für den Verkäufer lautet Ramsey und Travers. Oh, okay. Hm. Ich hatte auf eine mit unsichtbarer Tinte geschriebene Nachricht gehofft. Aber das muss reichen. Nochmal, Ramsey und Travers. Wir treffen uns in der Nähe des Lichts. Ah, lecker. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, da jemanden mit einem XXL-Koffer zu finden, oder? Hm. Müsste ja doch ziemlich auffällig sein. Schauen wir erstmal hier drin. Ja, boi. Nee, hier ist nix. Sieht immer noch furchtbar aus da drin. Ah. Ja. Überhaupt nicht auffällig. Was ist? Ich bin mit meinem Drink beschäftigt. Ach ja? Ihr habt in ein paar Minuten ein Meeting, oder? In einer dieser schicken VIP-Lounges. Da fällt mir ein, dass ich los muss. Pardon. Die Musik ist genial. Oh. Okay. Oma, der das in der dritten Person sagt? Ah ja. Ah ja. Ach so. Der Verkäufer ging grad vorbei. Stimmt doch gar nicht. Hm. Er war nicht aggressiv. Ich weiß, ich weiß, auf dich kann man sich halt einfach verlassen. Du bist eine echte Spitzenkreis. Dankeschön. Bevor es losgeht, erkläre ich dir, wie es ablaufen wird. Waffengewalt. Er wird das Doppelte der abgemachten Summe verlangen. Ganz normal. Vielleicht droht er auch zu gehen. Letztendlich spielt der Kaufbetrag keine Rolle. Das Sonderkapital von Stroud Eklund. Das sind nur Peanuts für dich und mich. Unser Ziel ist, ihm diesen Chip im Tausch gegen das Artefakt anzudrehen. Dazu ist jedes Mittel recht, solange wir hinterher noch leben. Alles klar. Ja. Okay. Das werden wir sehen. Also, rauf geht's. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Option gibt, dass das dann gut ausgedeckt wird. Aha. Und die nächste Nebenmission. Ja, moin. Du bist Stroud? In echt siehst du anders aus. Es ist mir etwas peinlich, aber unsere PR-Abteilung bearbeitet die offiziellen Fotos stark nach. Natürlich. Bleibt dein Bodyguard die ganze Zeit stehen? Das macht mich nervös. Hm. Ist die Schmerz. Ich bleibe sch... Ja, ich glaube, die bestehen. Sind Drohgebärden wirklich nötig? Na gut. Das Objekt befindet sich in diesem Koffer? Ja. Hier ist es. Ah. Sieh mal einer an. Ist ein Unikat. Und du willst es. Ich habe den vereinbarten Betrag. Sorry. Aber jetzt will ich das Doppelte. Wie soll ich das bitte hinkriegen? Keine Ahnung aber. Dein Bodyguard hier hat schicke Ausrüstung. Warum steuert der nicht was bei? Soll ich echt die Tür verriegeln? Was zum... Security! Wir müssen jetzt erst, wenn wir einen Deal haben. Neben Security rufen. Das Security und ich haben eine Abbrache und sie greifen nicht ein. Äh, angreifen wir haben, was wir brauchen. Dich brauchen wir nicht. Oh, wow. Das war richtig spät, ist. Das war ja einfach. Ja, bin gerade selber überrascht, dass es so gut gelaufen ist. Sofort stehen bleiben. Ihr habt Eigentum von Slayton Aerospace. Ah. Also war Slayton der Vorbesitzer. Das muss nicht sein. Schließlich ist in Neon alles erlaubt, oder? Übergebt Mr. Slaytons Eigentum. Sofort. Ah, tu das nicht. Wirst du wegen eines Steinssterbens in Security rufen. Security, wir werden bedroht. Ähm. Gibt es hier ein Problem? Ja, dieser bewaffnete Schläger wollte uns bestehlen. Lasst unsere VIPs in Ruhe. Und zwar sofort. Also gut. Aber du kannst nicht ewig in der Astral Lounge bleiben, Stroud. Nikolaus Slayton meldet sich bei dir. Ein bewaffneter Trupp in der Astral Lounge. Slayton muss es mit dem Artefakt wirklich ernst sein. Verschwinden wir schnell von diesem Planeten. Ja, weißt du was passieren wird? Wir gehen hier raus und dann wird in der Stadt rumgeschossen. Ah, war ganz okay. Warum liegt... Hier liegt einfach mal random Zeugs auf dem Boden. Das ist nur so die Farbgestaltung. Und die VIP-Plansche sind ein bisschen langweilig eingerichtet. Naja. Gut, das war's. Fürs Erste. Wir gehen mal runter. Wo war der Ausgang? Ach, da hinten. Ist etwas schief gelaufen? Slayton hat ein Kopfgeld ausgesetzt und ein paar Leute geschmiert. Euer Schiff wurde am Raumhafen beschlagnahmt. Ja, war ja klar. Das war unser Fluchtweg. Hm, wir müssen uns seit vom Hals schaffen. So viel zu ganz einfach, Walter. Wer ist Zicke oder Slayton überhaupt? Hm. Ja, wer ist das? Also gut, er ist ein Filmenchef. Das wissen wir schon. Aber ein bisschen mehr Infos. Der CEO von Slayton Aerospace. Die stellen Schiffsteile her. Antriebe, Schubdüsen. Ah, okay. Ah, so Spielzeug. Und so viel zu ganz einfach, Walter. Ist das echt eine gute Idee? Jetzt war ein Kopfgeld ausgesetzt, dass wir einfach direkt in seine Hände laufen. Äh, das wird nicht gut enden. Was will er mit dem Artefakt? Er wird vermutlich genauso viel wie wir. Also, nix. Außer, dass es halt irgendwie außerirdisch ist. I guess. Ich habe auch nicht mit dir geredet. So. Slayton Aerospace. Oh, Level 14. Indem du mich jetzt ständig fragst, ob ich mit dir reden kann. Okay. Das ist basic. Und doch. Willkommen bei Slayton Aerospace. Wie kann ich helfen? Ja, bei Schiff beschlägen wir sind alle tot. Ah, ganz schlechte Idee. Ich befürchte, Mr. Slayton ist sehr beschäftigt. Ja, ich auch. Äh. Hm. Tatsächlich hat er jetzt gerade Zeit. Natürlich. Vielleicht ist es noch möglich. Mal sehen. In diesem Fall können wir eine Ausnahme machen. Mr. Slayton hat jetzt Zeit. Der Aufzug ist da drüben. Mhm. Hm. Da könnten wir Sachen stehlen. Aber die schauen natürlich alle zu. So, das ist keine Gefahr. Keine Gefahr. Der auch nicht. Da ist noch eine Security. Wende dich bei Fragen und den Empfang. Ja, ja. Da von dem komme ich gerade. Also. Einmal nach oben. Warte. Wir sind noch nicht ganz oben. Er hat uns bemerkt. Ja, kein Wunder. Erst bestiehlst du mich. Dann brichst du bei mir ein. Ziemlich gefuckt. Aber da bin ich fertig. Ach. Wir sitzen fest. Hallo. Walter, Herr Liebster. Hörst du mich? Oh. Wie ist er? Es hat etwas gedauert, aber jetzt hat mir einer von selten Sicherheitsberatern Zugriff gegeben. Hopp ihn gespürt. Ah, okay. Gut. Der Weg ist frei. Halt dich einfach an ihre Anweisungen, sobald die Türen aufgehen, okay? Äh, ja. Nun, vielleicht können mein holdes Weib und ich eure Majestät vor dem sicheren Tod retten. Los. Die Türen öffnen sich in drei, zwei, eins. Vorsicht. Sladens Wachen und Angestellte sind überall. Über das Lüftungssystem könnt ihr euch unbemerkt bewegen. Rechts neben dem Aufzug ist eine Abdeckung. Ah. I see. War das auch irgendwie auf? Okay. Kommt's hier? Oder auch nicht? Das ist ein bisschen zu einfach. Oder wenn er schon weiß, dass wir so im Lift drin sind. Müsst ihr doch wissen, dass wir jetzt dann hier irgendwo unterwegs sind, oder nicht? Das ist der Aufzug, den ihr benutzt habt. Da müsst ihr rüber und dann weiter bis zum Ende. Aha. Gut, wir gehen nochmal da weiter. Lasst euch fallen und folgt der Leitung entlang der Abzweigung bis zum Ende. Okay. Meine Kollegen sind nach wie vor dichter. Was ist zum Ende? Über euch ist eine Öffnung. Klettert hoch. Ah. Das ist alles ein bisschen zu... Alter, warum ist jetzt hier alles rot? Alter. Alter. Ihr müsst euch durchkämpfen. Warum? Ich versuche den Roboter zu deaktivieren. Soll. Geschafft. Sie verschlüsselt die Protokolle. Okay. Ähm. Will ich da jetzt runter? Und schön, dass ihr alle aufgesteucht habt. Ja, ich habe den Fehler nicht gemacht. Will ich auch. Ja, da komme ich nicht durch. War klar. Oh. Hallo, Hundi. Nice. Ja, supergeil. Supergeil. Ja. Und hier will ich gar nichts. Aber hier unten noch ein paar Leute. Gut, die kommen aber nicht. Gut, aber jetzt kann ich dafür Sachen stehlen, oder? Und das ist doch... Ja, ja. Keine Sorge. Kann man so sehen. Ich meine, hier ist ja die Küche. Wird vermutlich nichts wertvolles hier sein. Oh. Nice. Ja, ja. Oh, Kredits. Geil. Ach, komm, nehmen wir mal alles mit. Was hast du so Schönes? Jo. Irgendwas wertvolles? Ne. Söderle. Oh, da sind so viele rote Punkte. Ist ein bisschen zu leer hier. Das ist es nicht wert. Das ist zwecklos. Ich bin raus. Wir sind auf dich so gesund. Nein. Ah. Da wollte ich gar nicht hin. Nice. Nice. Ich bin bereit. Du nicht. Ich pack's nicht. Es war ein bisschen zu nah. War da nicht noch einer? Ah, schon wieder falsche Taste. Ich muss mir das mal anders belegen. Du bist schon teuer. Nice. Okay. Nehmen wir mit. Nehme ich mit. Ah, irgendwelche Goodies. Nee. Jo. Uninteressant. Moin. Ja, ja. Lauft sie nur. Ist alles gut. Ach, die haben da den Alarm gezogen. Gage Control. Okay. Was auch immer das gemacht hat. Moin. So viel Wachen sind sie ja gar nicht. Nice. Na gut. Weiter geht's. Beziehungsweise Medipack. Hauen wir uns mal rein. Wir sind geschossen. Ah, die machen das schon. Was ist das da eigentlich? Sind das wieder irgendwelche Experimente, von denen keiner was wissen soll? Ja. Vermutlich. Das ist nämlich mit. Wer schließt da? Hä? Ach, das bringt doch jetzt eh nichts mehr mit der Überwachungskamera. Das ist ja wirklich nur versucht, mich anzugreifen. Ihr seid ja mal knallhart. Äh, nix wertvolles. Nee. Mh, nee. Medipack. Ja, her damit. Nö, also Medipacks sind jetzt nicht unnötig. Alter, das heißt doch doch mal zusammen, dann läuft es doch einfach weg. Gut, passt. Also, warte mal hier. Ja, da geht's wieder raus nach Neon. Das ist... Ach, wir müssen rausklettern. Okay. Oh, guttach. Jo, ihr könnt's auch einfach weglaufen. Das ist auch eine Option. Aber bei, dann krieg ich kein Level auf dich. Gut. Hätten wir. Und natürlich looten. Hä? Wo ist die Leiche? Ach, da. Freddy, jetzt schwer der Teilchenzünder. 36. Ja, ja, bumm. Weißt du nicht, was damit anfangen, aber... Noch irgendwas hier? Ja, mal die Treppe hier rauf. Ähm... Wo genau und wie genau sollen wir da eigentlich hoch? Ich hab was besseres zu tun, als dich zu suchen. Ja, dann geh doch einfach. Wir wollten. Äh, wo denn? Ich fange gar nicht erst an. Ach, da oben. So, wie kommen wir da hoch? Wobei, nee. Ah doch, hier ist er auch so. Ähm... Ja, mein Schrotflinte. Und da. Na, wo seid ihr? Auf die Distanz. Nicht die schlauste Idee. Oh, mir sind doch alle beide noch da hinten. Was wird denn das? Okay. Nice. Oh, Kollegen, kommt sie mit? Ihr habt die Tür gefunden. Ach, wir sollen uns eine Riede stellen, hier jetzt. Ihr landet direkt bei den Aufzügen für die Chefetage. Ich rufe den am anderen Ende. So gelangt ihr nach oben. Oh, guten Tag. In Momenten wie diesen, liebe ich es einfach, in Neon Geschäfte zu machen. Sicher? Ihr stehlt mein Eigentum. Ich halte euch in der Stadt fest. Ihr schleicht euch in mein Büro. Ich riegel es ab. Was für ein Showdown. Hm. Ihr habt mein Eigentum. Und ich das eure. Das nennt man wohl ein Pakt. Allerdings sind wir in der Überzahl. Ja, nur dass deine Wachen nicht so geil drauf sind. Äh, der Soldat hat nur, hat man sich aufgehört. Den solltest du nicht trauen. Ja. Hm, eine gewagte Aussage, die unser Pakt aber nicht auflöst. Vielleicht kann ich helfen. Wir sind beide Geschäftsleute, Nikolaus. Sogar im gleichen Bereich. Ja, ich sehe das Potenzial. Allerdings gibt es da noch ein kleines Detail. Mr. Musgrove wurde gefangen genommen. Er ist mein ehemaliger Angestellter und der Dieb, der für unsere Begegnung verantwortlich ist. Es wäre zum Vorteil unserer neuen Partnerschaft, wenn ihr über seine Strafe entscheidet. Wieso? Äh. Wissen tut Sinn, ist doch klar. Ja, eigentlich, eigentlich ja. Ich beuge mich eurem Urteil. Ihr habt mehr als einmal bewiesen, dass ihr nur eurem eigenen Willen folgt. Nicht meinem. Echt jetzt? Ich sage dir, was mein Wille ist. Bitte töte niemanden wegen eines Diebstahls. Ich habe nicht gesagt, dass ich töten werde. Das war noch nicht vermutlich. Wenn ihr euch wiederseht, schließt sich für euch der Kreis. Hm. Auch wenn er uns wohl nicht verschonen würde. Aber das tut nichts zur Sache. Hm. Oh. I see. Oh nein. Ihr, Slayton, hat wirklich einen kranken Sinn für Humor. Bitte. Ich wollte bloß etwas verkaufen, okay? Das ist doch ganz normal. Sei nachsichtig. Auch wenn wir jetzt mit dem Bestohlenen zusammenarbeiten, hat seine Aktion uns genutzt. Hm. Alle Stilen. Da war das in den Knast, wenn du erwischt wurdest. Hm. Da, 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 da. Ach komm. Lauf weg. Aber lass dich nicht wieder erwischen. Danke. Kein Problem. Aber wenn ich du wäre, würde ich nach all dem hier keine Nachsicht erwarten. Gnade erlebt man in dieser Stadt nicht oft. Also gut. Ich kläre das mit den Behörden. Ihr könnt gehen. Einfach so? Nach der ganzen Aktion? Ihr zwei. Ihr seid echt komisch drauf. Ganz ehrlich. Hey, da hat's eine Kiste. Hm. Nehme ich doch gerade mal mit. Cool. Ist kein Problem für dich. Kann ich ja noch mehr mitnehmen. Ne, das wird still. Nice. Ah, ich glaub davon hätte ich jetzt gerne ein Foto. Das sieht irgendwie nice aus. Räuchte irgendwie rauf. Ah, wo ist er im Licht? Irgendwie so. Äh, ausblenden. Cool. Hab ich einen Funktional. Auch mit der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was eigentlich passiert ist. Ey, das ist doch einfach viel... Ey, der wird doch uns nicht einfach so gehen lassen. Weil die haben ja über den Deal jetzt noch nicht im Detail gesprochen. Mach bloß keinen Scheiß. Naja, ich auch. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Ich glaub, die sind alle ein bisschen nervös. Ja. Ja. Der Fester. Ciao. So, runter zur Lobby. Und rauf aufs Schiff. Mal sehen. Schnell weg hier. Catherine Lusian will immer noch, dass wir den Mord an ihrem Mann untersuchen. Nein. Ich will hier noch eine Nebenmission. Ja, natürlich. Geh raus. Oh, wird schon stimmen. Gute Chance, dass da vielleicht ein kleines Willkommenskomitee da ist. Oder auch nicht. Ist doch so nervös. Nee. Tschau. Wenn wir jetzt ihn getötet hätten, wäre dann hier ein Kampf gewesen. Mutig, ne? Moin. Bin wieder da. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Oh, alles gut. Äh, Cockpit. Fliegen wir mal nach Hause. Verlassen. Schnell weg. Ansichtssache. Irgendwas ist da ziemlich fischig, dass er uns einfach wieder gehen hat lassen. Und ihr zwei habt es wirklich ein komisches Verhältnis. Äh. Ja. Sehe ich auch so. Dieses Leben passt zu uns, oder? War leichter als ein Artefakt auf eine Minute zu holen, die das Ziel von Piraten ist. Aber ich habe das Gefühl, anders mehr Freunde gewonnen zu haben. Das war ein großer Erfolg. Danke, dass ich den neuesten Stern am Himmel der Constellation begleiten durfte. Hahaha. Äh. Verzeih das Wortspiel. Was? Fiscal quality zu viel Geschwerte jetzt. Uh, geil. Kann man jetzt abheben? Hast du eine Minute Zeit? Nein. Boah, schlimm. So. Da, weg hier. Ach so. Nee. Ich sollte ganz nicht verlassen. Ich muss natürlich abheben, so. Nein. Ja, höchstens vielleicht bei der Bedienung des Spiels. So. Cockpit. Wir heben an. Wir heben an. Bleiben oder springen. Was sagst du? Äh. Springen. Besitzt etwas, auf das ihr kein Recht habt. Was zum... Ich habe keine Chance, das Artefakt zu übergeben und euch von diesem Weg abzuwenden. Sonst töten wir euch. Äh. Diesen Schiffstück kenne ich nicht. Ja, sie... Abgespacet zogen. Eure Art ist für die Artefakte nicht bereit. Die Sternenblüter wissen, wozu ihr dich seid. Wir kennen euch. Ähm. Freut mich, dass das jetzt schon geklärt ist. Ich würde euch ungern unsere Lebensläufe schicken. Bitte. Sagt uns, was die Artefakte sind. Wozu dienen sie? Habt ihr sie erschaffen? Warum habt ihr mehr Anspruch darauf als die Menschheit? Genau diese Fragen dürfen wir euch nicht beantworten. Gebt eure Wespekilde auf oder geht daran zugrunde. Sehr freundlich. Äh. Äh. Ja. Je mehr ihr wisst, desto mehr Unheil richtet ihr an. Also ist doch so eine Art Waffe. Warum sollte dieses Wissen gefährlich sein? Wir müssen auf Abstand zu euch bleiben. Wir schreiten nur ein, weil wir es müssen. Die Scans behagen mir nicht. Die Energiewerte dieses Schiffs sind außergewöhnlich. Fahren wir den Grafantrieb hoch. Das könnte klappen. Ähm. 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 Das mit dem Grafsprung funktionieren würde. Wir schaffen das. Festhalten. Ähm. Moment, Moment, Moment. Scheiße, warte mal. Moment, 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 Moment. Wir müssen hier ganz schnell weg. Aaaaaah. Wir müssen einfach mal irgendwo hinspringen. Keine Ahnung. Dahin. Kurs festlegen. Sprung. Während du mal Zeit hast, klaut an mir. Ja. Ich hoffe, das hat funktioniert. Oh, fuck. Oh, wir müssen nochmal springen. Das war jetzt nicht so gut. Das war der schlechte Planet. Guck mal, wo müssen wir... Moment, 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 Moment. Raus hier, raus hier, raus hier. Wo ist denn... Ah, da. Alpha Centauri. Alpha Centauri. Das ALG. Sprung. Oh, Gott sei Dank geht der Sprung so schnell. Also, ich möchte gerne ganz schön hier runter. Die Lose landen. Dankeschön. Das hätte er eigentlich direkt machen können. Auf das Gespräch bin ich jetzt mal gespannt. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz schauen. Wir haben neue Items gekriegt. Pistol Quarter. Der Fetzentuch trinkt selbst eine stärkere Brandzung. Und die ganzen Diebes-Sachen. Antipersonen-Oriana. Okay, ich warte mal später für mich. Und die Waffen neu zuordnen. Erst vor das Gespräch hier. Nein. Okay. Äh, mit dir quatschen. Moin. Wie man's nimmt. Ja. Okay. Ich zeige es kurz hier auf dem Tisch. Okay. Ist das etwa ein Prototyp? Nein. Das ist vollkommen unbekannt. Was zum... Kommt alle her. Das müsst ihr sehen. Äh. Aber ich? Das gehört zu keiner Fraktion. Und nicht zur Crimson Fleet. Ist das vom Militär? Kein Admiral der United Colonies kennt so ein Design. Sie nennen sich die Sternenbüter. Sie wollten das Artefakt haben. Sie behandeln uns wie Kinder, die mit den Sachen ihrer Eltern spielen. Was wissen wir? Gibt es Splittergruppen, die so heißen? Nicht in dem besiedelten System. Vielleicht ist es eine entfernte Kolonie, die jetzt auf den Plan tritt. So wie Haus Varun? Das wage ich zu bezweifeln. Ist es nicht offensichtlich? Eine bislang unbekannte Gruppe, die über die Artefakte Bescheid weiß? Ich sage es einfach. Intelligente, außerirdische Lebensdorfen. Oder extradimensionale Wesen. Die Schöpfer von den Rändern des Alls. Könnten es nicht sogar die Racheengel sein, die die Menschheit von den Früchten verbotenen Wissens abhalten wollen? Es gibt also einige Thesen, aber nichts Konkretes. Wir wissen nur, dass sie die Artefakte wollen. Wenn nötig, mit Gewalt. Tatsächlich, ja. Sie trauen nur himmlische Richter auf. Aber... Ja, ich weiß nicht. Ich muss das gerade irgendwie in Star-Tick denken. Pulver. Noelle, analysiert die Daten von den Schiffssensoren. Ihre Gravitationswellen, die Scans ihrer Waffen, Schilde, alles. Bringen wir so viel wie möglich in Erfahrung, damit wir nicht mehr im Dunkeln tappen. Such auch nach Schwachstellen. Fürs Erste machen wir so weiter. Sammelt die Artefakte. Jetzt, wo wir nicht mehr die Einzigen sind, ist das noch wichtiger. Ja, ich finde es nach wie vor Frage, ob das jetzt so gut ist, dass wir die alle zusammenstecken. Ähm... Ich glaube nicht, dass sie reden wollen. Sie haben ja gesagt, sie wollen uns ja keine Infos geben. Das würde es ja dann nur irgendwie schlimmer machen. Ähm... Kampf fix wahrscheinlich. Machen wir weiter. Aber seien wir noch vorsichtiger. Dieses Rennen wollen wir nicht verlieren. Wladimir, hat das Auge schon was Neues entdeckt? Es glitzert wieder in der Dunkelheit. Fragt mich einfach nach den Koordinaten. In Ordnung. Viel Glück zusammen. Und seid vorsichtig. Ja. Spannend. Ne, ich will eigentlich nicht warten. Ich will... Kann ich... Kann ich aufstehen? Hallo? Wir stehen jetzt echt unter Druck, oder? Sonst sage ich halt mal eine Stunde. Kann ich dann aufstehen? Wir dürfen keine Fehler machen. Ah, jetzt. Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang hierauf gewartet habe. So, einmal hinzufügen. Ah, jetzt. Nice. Neuer Skillpunkt. Hat sich jetzt aber nicht sehr viel getan. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Die Leute reden zu viel. Müssen hier mal raus. Okay. Ich würde sagen, das war es erstmal mit der Episode. In der nächsten Episode könnten wir mal hier die Kräfte hier holen. Da vom Piazza. Die sind ja eh nicht weit weg. Und dann machen wir mit der Hauptmission weiter. Das wäre dann weiter ins Unbekannte. Und dann müssen wir mit Wladimir sprechen. Oder wir machen das dann gleich am Anfang, weil er vermutlich jetzt gerade... Ja, weil er hier unten ist. Und dann machen wir das mit den Kräften. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.